Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Mein Name ist Danny, willkommen auf dem Kanal von Hellkameras und Film. Und in diesem Video wollte ich euch mal meine Tasche zeigen, diesmal allerdings nicht wie früher, bevor ich in den Urlaub fahre. Denn das hat sich in meinen Augen als nicht so ganz so günstig erwiesen, sondern die Tasche, nachdem ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Um euch so ein bisschen zu sagen, wie sich der ganze Kram bewährt hat im Urlaub. Ich werde hier immer wieder so kleine Sachen zeigen, allerdings nicht wirklich ausführlich erklären, meistens nur so ein, zwei Sätze dazu. Falls ihr ein ausführliches Video zum Beispiel zu dem Ding da haben wollt, schreibt es am besten einfach in die Videokommentare. Aber gehen wir mit, ich habe nämlich, also fangen wir an, ich habe nämlich so gut wie alles hier in die Tasche gepackt, beziehungsweise es hat nicht alles reingepackt. Dabei hatte ich auch noch zum Beispiel hier, was ich relativ praktisch finde, das ist eine, ich muss mal steifeln, das ist eine Smartphone-Zange. Da kann man sein Smartphone reintun, das ist kompatibel mit so gut wie allen Smartphones. Da kann man auch eine kleinere Digitalkamera reinspannen, um die dann auf ein Stativ zu packen. Relativ praktisch, das Ding, wie ich finde. Als nächstes hatte ich mit einen Pink-Filter. Ja, das sieht ein bisschen dreckig aus, aber das ist nur die Hülle hier. Der verändert bei Schwarz-Weiß-Fotos ein bisschen die Farbe. Bin ich hier leider nicht dazu gekommen, den einzusetzen. Als nächstes hätten wir hier, wo ich sehr viel mitgemacht habe. Das ist relativ praktisch, da muss man allerdings aufpassen, dass man das nicht anbatscht. Das sind Vorstecklinsen. Oh, da kommt gerade ein Stück, da ist gerade ein Stück Nachzieher ins Bild gekommen. Das hier sind Vorsatzlinsen, beziehungsweise eine Vorsatzlinse für Smartphone. Da kann man dann Fischei-Fotos mit seinem Smartphone machen, was ich sehr praktisch finde. Denn ich sehe einfach nicht ein, eine große Smartphone-Linse zu holen, wenn ich nur so zwei, drei Fischei-Bilder im Urlaub mache. Als nächstes hätten wir, ja, die haben bereits ihr eigenes Video. Das sind zwei Sonnenblenden, beziehungsweise der richtige, korrekte Begriff ist Streulichtblende. Die sind eckig, die haben hier diese Löcher, um mit Messsucherkameras keine Probleme zu machen. Und was relativ praktisch ist, ist, dass die vorne jeweils nochmal ein größeres Gewinde haben. So könnte man zum Beispiel die beiden schönen Stücke hier einfach ineinander schrauben. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ach doch, hier geht's. Zwei Sonnenblenden ineinander zu packen, ist allerdings relativ unsinnig. Das ist eher deswegen gut, weil das hier ist ja eine Sonnenblende für 58 mm Durchmesser. Und das hier ist, ich glaube, das ist ein bisschen schwer lesbar. Das ist 52 mm. Und das Ding kann man sozusagen deswegen auch als Filteradapter missbrauchen. Das bedeutet, die Kameras, die ich dabei habe, mit 58 mm, die Filter, die ich dafür habe, kann ich dann auch an den 52 mm Kameras benutzen, ohne ein extra Teil mitzuschleppen. Das kann ich dann einfach mit der Sonnenblende machen. Von da ab relativ praktisch. Das nächste ist IGIT. Das ist eine Digitalkamera, die ich für besondere Fälle einfach dabei habe, meistens. Das ist, das müsstet ihr bereits kennen von mir, das ist die Fuji X10. Ist jetzt nicht mehr so die ganz so neueste Kamera, dafür habe ich dafür allerdings auch nicht wirklich viel bezahlt. Ist eine relativ coole Fuji Kamera. Ist auch von den, genau, die hat hier diese Retro-Einstellung, also Exposer Compensation oben auf dem Gehäuse und sowas. Ist ganz nett. Der einzige Manko ist, dass man hier den optischen Sucher nicht richtig benutzen kann. Denn der optische Sucher hat so, hat nur eine Abdeckung von irgendwie 75% und 75% auch nicht über das gesamte Bild fällt. Das könnte man ja wegrechnen, sondern 75% so nach schräg unten. Ich finde den optischen Sucher hier wirklich unnütz. Das sozusagen ist meine kleine Notfall-Digitalkamera. So, hier hinten geht mir der Platz aus. Dann habe ich hier eine T-Dose. Da ist allerhand Krams drin. Und zwar größtenteils habe ich da Filter untergebracht. Hier sieht man es auch, das sind Skylight-Filter. Das müssten zwei Skylight-Filter sein, genau. Einer von Hama mittelwertig und einer von I-No-Name. Die sind eigentlich, sind die dazu gedacht, beziehungsweise wurden so vermarktet, dass die halt das Bild ein bisschen wärmer, halt so ein bisschen gelber machen und dann halt auch Ferndunst rausregeln und sowas. In Wirklichkeit sind die nicht wirklich brauchbar, aber ich finde, so ein Skylight-Filter gehört zur Amateurfotografie einfach dabei. Zur Amateurfotografie kommen wir gleich nochmal gesondert. Dann steckt hier noch irgendein anderer Filter drin. Genau, ein Filter und ein Putztuch. Ist jetzt natürlich nicht so gut untergebracht. Ist noch ein Skylight-Filter. Warum habe ich denn drei Skylight-Filter angepackt? Ich habe am Ende einfach nur noch Sachen reingeschmissen. Ist das hier mal was Spannenderes? Muss ich mal auf die Seite gucken. Nö, das ist noch ein Skylight-Filter. Ich glaube, da habe ich irgendwas Falsches gegriffen. Dann haben wir hier, wäre wahrscheinlich irgendwann ein eigenes Video wert. Ach, das ist ein Putztuch. Das sind irgendwelche Rollfilm-Reste. Das sind, Moment, waren wir es? Das sind Bokeh-Schablonen. Die kann man sich vor die Kamera packen. Und dann hat man, Bokeh ist ja normalerweise, da sieht man dann irgendwann, wenn das Bokeh richtig heftig ist, die ganzen Kreise. Und wenn man halt hier so einen Delfin vor die Kamera packt, dann sieht man hinten im Bokeh überall Delfine oder halt hier so einen Stern mit Mond oder eine Schildkröte oder eine Maus. Ich habe hier relativ viel gebastelt oder ein Hexagramm oder hipstermäßige Dreiecke. Müsste ich mal ein eigenes Video zu machen. Ist relativ interessant. Hier auch so ein Stück von einer Flagge. Der Schornsteinfeger und so weiter. Totenkopf. Herz hier ein ganz besonders süß. Und da sind wir da bei dem Teddybär. Müsste ich mal ausprobieren. Habe ich bis jetzt noch keine analogen Fotos mitgemacht, muss ich zugeben. So, weiter geht es mit der ersten Kamera, die ich mir mitgenommen habe. Und zwar war das meine allererste analoge Kamera, die ich sozusagen von meiner Familie geerbt habe. Hier kommt auch immer der Messsucher noch mit raus. Das ist die, hier haben wir sie, Rollei 35 Singapur Modell. Wo kann man es lesen? Da in etwa Singapur Modell. Bin ich sehr zufrieden mit der Kamera. Ist richtig toll. Ist vor allen Dingen eine Kamera, die man in die Hosentasche stecken kann. Die steckt man halt in die Hosentasche. Kann man die halt ausklappen. Zack. Und dann drehe ich die immer auf. Wo haben wir es? Hier muss ich das. Ich muss noch ein bisschen nachziehen. So, dann habe ich die immer auf 8, 8 gestellt. Beziehungsweise, naja, Sonnenblende ausgeklappt, damit ihr das auch seht. Wo ist es? Hier. Dann immer unendlich auf 8. Dann auch hier meistens Blende 8 eingestellt. So, Röpser ausgeschnitten. Und dann entsprechend auch die Verschlusszeit. Die ist super klein. Die ist auch super leise. Klasse für Streetfotografie. Streetfotografie, äh, Klasse für Straßenfotografie geeignet. Das Einzige, was so ein bisschen so ein Manko ist, immer wenn man auslöst und dann nachlädt, also beziehungsweise fertig lädt, dann hat man ja hier das Auge vor dem Sucher. Und dann muss man immer hier spannen. Das heißt, die muss man vom Auge nehmen. Da kann man also nicht so schnell noch einen Nachschuss machen. Und dann lässt die sich auch wieder ganz klein zusammenklappen. Das war für den Urlaub halt größtenteils so meine Hosentaschenkamera für die Städtetrips. Ich habe damit aber auch so ein bisschen Landschaft fotografiert. Also die ist wirklich super. Und auch das Objektiv. Hier ist ja ein, ähm, Tessar drauf. Also kein Zeiss-Tessar, sondern ein Tessar, was von Rollei hergestellt worden ist. Die Kamera gibt es allerdings auch mit einem Carl Zeiss-Objektiv. Dann heißt sie halt Rollei 35S. Dann steckt hier allerdings kein Tessar mehr drin, sondern ein Sonar. Aber ich glaube auch nicht von Zeiss, sondern auch von Rollei. Aber ich bin mit der normalen Version völlig zufrieden. Klasse Kamera. Das einzige Problem ist halt, dass man halt, wenn man irgendwas näher fotografieren will, dann muss man halt hierher gehen und halt hier selber die Entfernung halt hier vorne selber einstellen. Und das geht sehr schnell und sehr weich. Also muss man wirklich gucken, wie weit was weg ist. Aber wenn man so Stadtfotografie macht und so weiter, wie gesagt, einfach das Unendlich-Zeichen auf die 8, dann ist alles scharf. Also wenn man dann wirklich Blende 8 eingestellt hat, ist alles scharf. Von wirklich von 8 Meter bis in etwa 2,30 Meter müssten das in etwa sein. Und bei so Stadtfotografie ist ja nicht wirklich was mal 3 Meter weit weg. So, packen wir das wieder ein. Übrigens ist das, was hier auch immer mit rumfliegt, ist hier so ein kleiner Medis-Entfernungsmesser. Damit, wenn man sich dann mal unsicher ist mit der Rollei 35, man möchte unbedingt die richtige Entfernung haben, kann man das damit messen. Ist so ein kleines, süßes Teil. Hatte ich allerdings nicht in Gebrauch. So, kommt das wieder weg. Das ist bei mir hier immer auch oben drauf auf der Tasche. So, das beiseite. Als nächstes hatte ich dann natürlich ein Belichtungsmesser dabei. Aber der ist ein bisschen größer von da ab. So, ein Lunar 6 III. Das ist ein CDS-Belichtungsmesser. Das bedeutet, der ist mit Strom betrieben. Da kann man dann hier auf eine Seite draufdrücken. Und der sagt einem dann, wie hell Sachen sind. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen näher holen. Ja, da sieht man ihn. Kurze Erklärung. Man drückt hier drauf. Am besten auf die Tagsskala. Also den Knopf unten sieht man hier 15. Dann stellt man hier unten die 15 ein. Warum war es? 15. Dann stellt man hier die ISO-Zahl ein. 100. Und dann sieht man hier die ganzen Kombinationen, die man benutzen könnte. Zum Beispiel, um weiter mit F8 zu fotografieren, müsste ich jetzt hier 15 Sekunde einstellen. An der Roller. Das geht natürlich nicht. Deswegen müsste ich irgendwie gucken, dass ich irgendwie 60 Blende 4. 60 Sekunde müsste dann passen, ohne dass ich so verwackele. Relativ praktisch. Das Ding ist allerdings auch relativ groß und relativ sperrig. Das blockiert einfach mal eine Hosentasche. Und das ganze Ding die ganze Zeit am Bändel um den Hals zu tragen, geht auch nicht so gut. Was sich jetzt relativ praktisch herausgestellt hat, ist das Ding um den Hals zu tragen. Also einmal eine Seite um den Hals, eine Seite unter dem linken Arm her. Dass das Ding in etwa auf Hüfthöhe hängt, dann kann man das immer die ganze Zeit so Klapphandy-mäßig ausklappen. Und dann drauf gucken. Das war dann immer relativ praktisch, um dann die genauen Lichtwerte zu ermitteln. So, als nächstes hätten wir eine Sonnenblende, die nicht mehr ganz in die Tasche gepasst hat. So, das ist eine eckige Sonnenblende. Das ist relativ ungewöhnlich und eigentlich gehört hier auch zu Camcordern. Aber ich habe herausgefunden, dass sie mit einer anderen Kamera, die gleich kommt, relativ gut funktioniert. Ich habe sie dann allerdings nicht benutzt, weil ich für die besagte Kamera auch eine runde Sonnenblende hatte. Und wenn man das hier auf eine Kamera packt, dann denken die Leute immer schnell, man filmt. Allerdings trotzdem relativ praktisch. So, dann hätten wir das hier. Das schleppe ich schon eine Ewigkeit mit mir rum. Benutzt habe ich es nie wirklich. Das ist Forellenschnur. Damit kann man spezielle Effekte, also so Lensflay-Effekt und sowas machen, da ich am Strand aber jetzt nicht wirklich irgendwelche starken Lichtquellen hatte und nicht einen Sonnenuntergang damit nicht verschundeln wollte, habe ich das immer noch nicht benutzt. Dann haben wir hier den oberen Teil. Ihr seht das Nikon. Das ist von einer zweiteiligen Bereitschaftstasche. Der obere Teil, den ich nicht mehr mit reingekriegt habe, der wird gleich eine andere Kamera schützen. Aber dann fangen wir mal an, uns die Tasche anzusehen. So, da sind wir wieder. Diesmal gucken wir uns mal ein bisschen den Inhalt der Tasche an. Und da fangen wir am besten vorne an. Und zwar ist da was Interessantes drin. Ah, nur ein Ding. Nur ein Adapter. Das ist ein relativ einfacher Objektiv-Adapter. Allerdings nichts für digital, denn die Fuji X10 hat ein festes Objektiv. Das hier ist M42 zu Canon FD. Welches Objektiv das ist, seht ihr gleich. So, dann muss ich hier anfangen, mal die Sachen nach hier zu legen. Und wieder auf die Tasche scharf stellen. So, ich glaube, sonst ist hier vorne nichts drin gewesen. Dann machen wir das so. Machen wir das auf. Und dann als erstes hier so ein fetter Kameragurt, den ich nicht gebraucht habe. Aber besser ein Gurt zu viel, als ein Gurt zu wenig. Das ist hier so ein fetter Hippie-Gitarren-Gurt. Wenn ihr die Dinger bei Ebay sucht, dann findet ihr die meistens unter Hippie-Camera-Strap oder Guitar-Strap. Aber bei Guitar-Straps müsst ihr aufpassen, dass die dann halt an beiden Seiten wirklich diese... Ah, ich stelle mal scharf. Dass sie dann wirklich hier an beiden Seiten diese Klammern haben. Denn echte Gitarren-Gurte funktionieren ein bisschen anders. Also eher so Guitar-Style-Camera-Strap oder sowas eingeben. So, als nächstes. Ach genau, die Konkurrenz. Das hier ist nämlich auch ein Belichtungsmesser. Allerdings ein sehr kleiner, einfacher. Und zwar ist das hier ein Selen-Belichtungsmesser. Das ist mein Zeiss EcoFoot S. Und glücklicherweise funktioniert der noch. Denn die meisten Selen-Belichtungsmesser, die man heutzutage findet, die sind... Das nennt man ausgebrannt. Denn die Dinger haben nur so, keine Ahnung, ich glaube so ein paar Millionen Stunden, wo die Sonne sehen können. Wenn die dann aber zu viel Sonne gesehen haben, dann funktionieren die nicht mehr. Dann gehen die einfach kaputt. Und die Dinger gehen kaputt, wenn die nass werden. Das heißt, sobald es regnet, deswegen habe ich hier hinten auch direkt hier so ein Do-Not-Eat-Silicon-Teil draufgeklebt. Wenn der einmal nass wird, dann sind die leider... Also wenn der hier einmal nass wird, ist der hinüber. Und Selen-Belichtungsmesser allgemein gehen halt kaputt, wenn sie nass werden. Also bei Regen aufpassen. Die funktionieren ein bisschen anders. Also das geht meiner Meinung nach ein bisschen schneller. Man hat hier halt diese Nadel, die reagiert halt auf Licht und dann hat man die Kelle, die muss man auf Deckung bringen. Dann muss man hier noch ISO einstellen. So, einen Moment. So, dann muss man noch ISO einstellen, zum Beispiel ISO 100. Dann sieht man hier sofort die ganzen Werte, die man durchschalten kann. Also Blende 8, Achtelsekunde. Oder wenn es geht, F2-8, Sechzigstelsekunde. Nicht wundern, warum Selen-Belichtungsmesser teilweise andere Werte anzeigen als zum Beispiel CDS-Belichtungsmesser. Weil die einfach das Licht anders wahrnehmen. Und dadurch, durch die andere Belichtung, kommt es dann auch zu einem anderen Fotolook. Zum Beispiel finde ich hier die Looks, die dieses Ding hier produziert, teilweise sehr viel schöner als die Looks, die wirklich so ein professioneller CDS-Belichtungsmesser macht. So, jetzt habe ich gerne Handfremder zum Scharf stellen. So. So, und ihr seht hier auch den enormen Größenunterschied. Und das Ding ist richtig schwer und das Ding ist wirklich federleicht. Also, wenn ihr Glück habt, irgendwann mal einen noch funktionierenden Selen-Belichtungsmesser irgendwo seht, nehmt euch den mit. Die sind mega praktisch, die Teile. Ich glaube, ich habe für meinen 1 Euro bezahlt oder so. So, lege ich mal auch mal hier hin, gucke ich mal weiter, was es hier gibt. Ah, genau, die Filme, die ich verballert habe und einfach nur Linsenputztücher, obwohl ich von Linsenputztüchern jetzt nicht so überzeugt bin. Dann hier noch ein Film, den ich verballert habe. Und, ach, noch ein Filter. Was ist das diesmal? Ach, diesmal ist das wirklich ein... Das hier ist diesmal was Interessanteres. Und zwar ist das ein Crossfilter, ein sogenannter Sternchenfilter. Und zwar, ihr seht hier dieses Netz. Jetzt, vielleicht seht ihr das Gitternetz hier. Wenn man damit sich eine Lichtquelle anguckt, dann bildet die Lichtquelle halt so einen Stern. Das kann man relativ... Das wirkt heute relativ antiquiert und ein bisschen kitschig. Damals war das richtig cool. Und ich habe auch ein paar relativ gute Fotos davon schon gemacht. Also auch früher. Und eigentlich mag ich das. Manchmal ist das ganz witzig. Allerdings, die mitten am Strand beim Sonnenuntergang, dann den Filter aufzuschrauben, wieder abzuschrauben, ist jetzt nicht wirklich eine so coole Aktion. So, gucken wir mal. Hier unten. Ach, genau. Der Lenspen. Das ist auf der... Ups, das ist die falsche Seite. Auf der einen Seite... Ach, das geht immer so schnell. Achso, muss man gar nicht schrauben. Da drückt man einfach nur drauf. Auf der einen Seite ist halt so ein Pinsel, um halt Linsen sauber zu machen. Und ganz wichtig, den Pinsel niemals anbatschen. Und auf der anderen Seite ist so ein kleines Ding, wo so... Im Deckel ist so ein bisschen Grafit. Dann drückt man das rein, dreht das. Dann ist hier vorne Grafit drauf. Und dann kann man damit die Linse abpudeln und dann so Fingerabdrücke relativ gut entfernen. Allerdings für Dreck, der nicht unbedingt fett ist, ist das Ding auch nicht so mega gut zu gebrauchen. Ich habe das Ding sowieso eher wegen des Pinsels, wo ich dann beim Scannen meine Dias mit sauber mache. So, weiter geht's. Abenteuertasche. Dann gucken wir mal hier die Seitenfächer an, nachdem ich kurz die Schärfe nachgezogen habe. Jo, hier haben wir einen Film, wo noch so ein bisschen Film rausguckt. Denn... Denn eigentlich hatte ich vor, auch diesmal wieder Redscale zu fotografieren. Und dazu braucht man ja immer sozusagen eine Würzhülse. Also eine Würzpatrone. Was ist nochmal der richtige... Ich weiß jetzt gerade nicht, ich blende das ein, wie man das wirklich nennt. Ähm, ich hätte mir eigentlich gerne Redscale gebastelt, aber ich habe da nicht das plassende Tesafilm, beziehungsweise kein doppelses Klebeband im Urlaub organisiert bekommen. Das wäre mir auch zu viel gewesen. Von da ab habe ich das nicht gebraucht. Da wird dann irgendwann anders mal ein Redscale-Film draus gebastelt. Dann... Brillenputztücher. Ist jetzt natürlich nicht so gut für die Fotografie. Und natürlich Karten. Also Visitenkarten für Analog4U. Obwohl, es ist ja jetzt Apoc Next. Von da ab bräuchte ich vielleicht irgendwann mal neue. Dann habe ich hier, wahrscheinlich größtenteils nur aus Gag, das Yps Überlebenshandbuch. So als kleinen Spaß dabei. Und mal gucken, was hier... Ja, und noch mehr Linsenputztücher. So, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ich gucke, dass ich da ein bisschen besser drankomme. Denn ich muss wie immer hier um meine dicke Spiegelreflexkamera drum herum arbeiten. Ah, genau. Das ist ein relativ praktischer Trick, den ich herausgefunden habe. Beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen. Dazu nimmt man sich hier einfach so eine... So eine Dose, wo eigentlich Rollfilm reingehört. Und füllt die einfach mit Wattestäbchen. Was ich allerdings herausgefunden habe, ist... Wenn man das ganze Ding voll mit Wattestäbchen macht. Also richtig so zum Bersten voll. Dann kann man die ja nicht mehr greifen. Denn man muss ja um die... Man darf ja die Köpfe, mit denen man sauber macht, nicht berühren. Dann muss man eben mal hier rein. Die hochholen. Sich dann eins schnappen. Und das geht ja nicht, wenn das Ding zu voll ist. Also besser da nur, keine Ahnung, so 10 Stück reintun. Oder vielleicht 7 Stück. Ansonsten ein relativ praktischer Trick, den ich irgendwo geklaut habe. Dann gehen wir nach hinten. Denn ich habe die... Ah, Stärfe nachziehen. Denn ich habe die Tasche wirklich randvoll gepackt. Mit Krams. Ah, genau. Drahtauslöser. Könnten die meisten kennen. Das funktioniert einfach so. Hier drückt man drauf. Und dann kommt hier vorne so ein Nupsi raus. Und löst einen dann für einen die Kamera aus. Außerdem bei Kameras, die man nicht selbstständig auf T stellen kann. Die nur Balb haben. Kann man hier drauf drücken. Dann löst die Kamera aus. Dann kann man hier das Rädchen feststellen. Und dann bleibt die Kamera ausgelöst. Das ist relativ praktisch. Allerdings würde ich das nicht bei Kameras mit elektrischen Verschluss machen. Denn zum Beispiel die Canon A-Serie, die verbraucht ja ununterbrochen Strom. Solange der Spiegel von so einem Elektromagneten oben gehalten wird. Also für Langzeitbelichtungen am besten eine mechanische Kamera auswählen. Obwohl, das sei dazu auch noch zu sagen, es gibt seltene mechanische Kameras, deren Auslöser so hart ist, dass sie sich davon nicht auslösen lassen. Und je nachdem wie alt euer Drahtauslöser ist, der ist noch relativ frisch, kann es sein, dass die reißen und kaputt gehen. Also, dass der äußere Stoff hier reißt. Und dann sind die unbrauchbar. Also sowas wie MTL3. Ich glaube, mein MTL3 hat in der Zeit, in der ich die benutzt habe, glaube ich, mir zwei Drahtauslöser kaputt gemacht. Allerdings ist das auch nicht so schlimm, denn die Dinger sind nicht so wirklich teuer. Dann sind hier... Ja, das weiß ich. Das sind Bücher, die zu meinem anderen Kanal gehören, die ihr wahrscheinlich nicht sehen wollt. So, dann mache ich einen kleinen Sicherheitscut. Stell nochmal scharf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir uns das Eingemachte an. Beziehungsweise das Hauptfach der Tasche. Deswegen habe ich hier mal so ein... Äh, soweit das geht, so ein bisschen Ordnung gemacht. Und jetzt kommt natürlich das Spannende. Und zwar Objektive und Kameras. Und das erste sieht uns hier auch schon an. Und das ist ein... Honeywell Pentax. Und zwar ist das ein ganz besonders schönes Porträtobjektiv. Nicht wundern, dass ein Gelbfilt da drauf. Und zwar ist das das 105mm f2.8. Und damit ein sogenannte Reporter. Also ein Reporter-Porträtobjektiv. So muss es heißen. Mit der relativ ungewöhnlichen... Wie heißt das? Brennweite 105. Ist ein richtig scharfes Teil. Richtig gut. Bin ich leider nicht dazu gekommen, das einzusetzen. Leider. Und dafür ist auch der Adapter. Als nächstes hätten wir was. Das ist weniger edel. Und zwar ist das mal wieder ein Cringe-Filter. Beziehungsweise ein... Wie nennt sich das? Ein kitschiger Filter. Und zwar ist das ein Tabakverlaufsfilter. Das ist eine relativ witzige Geschichte. Und zwar dunkelt das so ein bisschen den oberen... Das obere Teil vom Bild ab. Natürlich am besten bei Landschaftsfotografie. Kann man damit den Himmel so ein bisschen abdunkeln. Und so ein bisschen Tabakfarben machen. Ist heute absolut kitschig. Wurde heute keiner mehr benutzt. Und ich habe trotzdem Fotos damit gemacht. Denn ich mag ja die Retrofotografie. Besonders die Retro-Armateur-Fotografie hat es mir angetan. Als nächstes hätten wir einen linearen Polarisationsfilter. Polarisationsfilter sind mega schwer zu erklären. Deswegen lasse ich das am besten hier jetzt einfach mal. Und ich sehe, dass kurz das Licht weggeht. Ich muss nachbelichten. So, ich habe den ISO meiner Digitalkamera erhöht. Und dann geht es auch schon fleißig weiter mit dem Graben. Und zwar mit einer weiteren Sonnenblende. Das hier sind Gummisonnenblenden. Die sind ein bisschen weicher und schützen die Kamera nicht so ganz so genial. Die haben allerdings den Vorteil, dass man sie schnell ein- und ausklappen kann. Und deswegen die Kamera nicht dauernd so viel Platz wegnimmt. Außerdem kann man die Dinger zum Beispiel im Zoo. Ja gut, ich war jetzt in den Niederlanden. Ich war jetzt im Zoo gegen Scheiben drücken. Und dann die Kamera so ein bisschen tilten und shiften. Es geht mit dem jetzt nicht so gut. Ich habe welche, die sind ein bisschen starrer. Da geht das besser. Habe ich nicht benutzt. Als nächstes hätten wir wieder ein Objektiv. Und das Licht kommt gerade wieder. Aber das stört gerade den Bitlook gar nicht. Das ist das erste austauschbare Objektiv. analoge Objektiv, was ich wirklich besessen habe. Und zwar kam das damals mit meiner Canon A4-1 zusammen. Das ist ein Tokina. Genau, Tokina RMC. 135 mm f2.8. Damit habe ich dann Landschaft und Sonnenuntergang fotografiert usw. Denn im Gegensatz zu dem, was man immer hört, kann man mit diesen Objektiven wunderbar Landschaft fotografieren. Denn erst mit diesen kleinen Tele-Brennweiten hier. Hier übrigens so eine kleine Streulichtblende eingebaut. Kann man nämlich wunderbar Details aus Landschaften heraus isolieren. Ist ein tolles Objektiv. Abbildungsleistung ist auch relativ gut. Ist jetzt nicht überragend. Aber ich finde, für Amateurfotografie reicht das vollkommen aus. Dann kommt das mal da hinten hin. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes hier gegriffen kriegen. Ja, holen wir uns die erste Kamera raus. Hoffen, dass das alles nicht zusammenbricht. So, das hier war damals meine erste selbstgekaufte, also meine allererste Spiegelreflex-Kamera. Das ist, gucken, dass alles scharf ist, die Canon A4-1. Und damit eine Kamera, die bereits, wo ich glaube ich gar nicht mal so viel zu sagen muss. Denn ich glaube, die hat schon bereits ihr eigenes Review bekommen. Darauf sitzt das Maginon Serie G. 50 mm f1.7. Habe ich größtenteils bei Blende 8 benutzt. Und dann hier auch 8.8 gegangen. Also hier das Unendlichtzeichen. Zack, ab auf die 8. Und dann ist hier bis 5 Meter, also von unendlich bis 5 Meter, alles scharf. Das sollte natürlich auch am besten im Video so sein. Und dann ist man bei der Landschaftspotografie sowieso meistens auf der sicheren Seite. Wenn man jetzt keine Störer vorne ins Bild holt, die näher dran sind als 5 Meter, finde ich eine wunderbare Kamera. Aber wie ihr wahrscheinlich bereits seht, habe ich hier größtenteils mit Equipment mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch damals alles so meinen Blog gelesen hat oder den Nachteil, den ich noch lesen möchte. Ich packe auf jeden Fall mal. Aber ich glaube, er ist sowieso immer in der Videobeschreibung. Das war die erste Kamera, die ich hatte. Und ich hatte die auch als erstes in Flämisch-Seeland dabei, also in den Niederlanden. Und habe so ein paar Fotos, die ich damals nicht so ganz so schön geschossen habe, als ich wirklich frisch angefangen habe mit der analogen Fotografie. Habe ich dann jetzt nochmal neu geschossen. Also es war wirklich ein Erlebnis. Und die Kamera ist eigentlich objektiv betrachtet auch gar nicht so schlecht. Sie ist leicht. Sie ist schnell. Allerdings, was mich stört, ist, dass es keine Exposer-Compensation gibt. Alles, was man hier hat, ist hier diese kleine Taste. Das ist so eine Gegenlicht-Taste. Die packt dann nochmal anderthalb Blenden mehr aufs Bild. Und mit der habe ich dann so ein bisschen Exposer-Compensation bei Gegenlichtaufnahmen gemacht. Ich werde mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Was auch noch relativ praktisch an Zube ist, was hier drauf ist, ist halt hier, die verstellt sich immer, hier diese Augenmuschel. Die ist unter anderem dazu gut, dass man, wenn es richtig hell ist, und am Strand ist es ja mega hell, dass man dann das Licht, was so neben dem Auge in den Sucher reinsteuern kann, abgeblendet wird, beziehungsweise ausgespart wird. Außerdem sorgt das dafür, dass, wenn die Rückwand mal versehentlich aufpoppt, was in Wirklichkeit relativ selten ist. Als Anfänger hatte ich immer Angst, dass mir die Rückwand aufgeht und mein ganzer Film kaputt geht. Aber erstens geht, wenn die Rückwand aufgeht, nicht der ganze Film kaputt. Denn auch wenn der Film hier aufgespult ist, überleben noch sehr, sehr viele Bilder. Und dass man wirklich versehentlich hier an der Rückspulkurbel zieht, ist wirklich sehr selten. So, neben dieser Amateur-Kamera habe ich natürlich aber auch noch was Hochwertiges mitgenommen. Aber dafür muss ich noch was anderes rausnehmen und da werdet ihr wahrscheinlich wissen, was es ist. Hier habe ich ein Objektiv für diese Kamera und zwar ist das Nikon. Das ist ein ganz altes Objektiv und zwar steht da drauf noch Nippon Kogago Japan. Das ist der alte Name von Nikon. Das ist ein 35mm Objektiv mit der Lichtstärke 2.8. Und das ist, wie ich finde, relativ cool. Hat zwar jetzt nicht so die allerbeste Auflösung, aber dafür ist 35mm beizuhaben, besonders in Städten und so weiter, ist schon ziemlich premium. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hatte nicht so die beste Randschärfe. Also ich bin damit sowieso zufrieden. Ich mache jetzt mit meinen Fotos ja jetzt nichts Großartiges. Also die Urlaubsbilder werde ich ja jetzt nicht riesengroß printen oder so. Aber ich fand es schon mal praktisch, das dabei zu haben. Natürlich auch typisch hier diese Hasenohren noch mit dabei. So, und dann kommen wir zur Kamera, denn neben der Amateurkamera habe ich natürlich auch noch etwas ein bisschen Hochwertiges mitgenommen. Und zwar die Nikomat, beziehungsweise den Nikomat EL. Ich weiß gerade gar nicht, als was er gilt. Ich glaube, es gilt als halbprofessionelle Kamera. Hier seht ihr auch, hier ist so ein cooler Ledergurt bei. Ich nenne ihn immer meinen Vietnamgurt. Obwohl der eigentlich, ich glaube, der Gurt hier stammt original von der Tasche von einer Zenith. Ich weiß nicht mehr genau. Hier seht ihr dann auch den unteren Teil des Ready Cases. Ach, der Bereitschaftstasche heißt es auf Deutsch. Aber zur Kamera. Die Kamera ist im Gegensatz zur AV1 sehr viel schwerer. Allerdings macht dafür auch, beziehungsweise hat dafür eine bessere Qualität, dank der originalen Nikon Objektive. Hier ist das wunderbare Nikkor 50mm F1, nee, F2 drauf. Also F1 zu 2, nicht F1.2. Also Blende 2. Hier auch mit dem berühmten Zahn, welcher dann der Kamera sagt, welche Blende gerade eingestellt ist. Ist eine richtig coole Kamera. Alles, hat eigentlich alles, was man sich so wünschen könnte, außer einer richtig guten Exposer Compensation. Also die hat hier, es gibt neben dem Nikomaten EL auch den Nikomaten EL2. Und der hat dann hier auch noch um das ISO-Rad drumherum plus 1, plus 2 und so weiter. Das ist hier nicht so einfach. Wenn man hier wirklich das einstellt, was man einstellen möchte, dann muss man hier die Zeit selber wählen. Ansonsten hatte ich die allerdings größtente Zeit auf Automatik und habe die Kamera einfach machen lassen. Ein bisschen Exposer Compensation kann man doch machen. Und zwar, das ist so ein Geheimtrick, den nicht jeder kennt. Und zwar kann man hier, das ist eigentlich die Selbstauslösung. Wenn man die Selbstauslösung allerdings nicht nach hier zieht und aufzieht, sondern in Richtung Kamera drückt, dann hat man eine Messwertspeicherung. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas mit viel Himmel fotografieren will, mit einem hellen Himmel, dann nehme ich die Kamera, drehe die runter, sodass ihr zum Beispiel nur das Gebäude und nur Asphalt sieht, halte das hier gedrückt, nehme die wieder hoch und fotografiere und habe dann richtig auf das Gebäude und nicht auf den Himmel belichtet. Aber das ist natürlich noch andere Videos wert. Das einzig Dumme an dem Ding ist, dass das Objektivwechsel mega schwer ist. Und zwar muss man dazu, ich glaube es ist dieser Knopf, diesen Knopf drücken, dann das Objektiv abnehmen. Und bevor man das neue Objektiv ansetzt, muss man erstmal diesen Hebel hier, der sich noch frei bewegt, ganz nach links drücken, bis der einrastet, ach der rastet gar nicht ein, ganz nach links drücken, bis er stehen bleibt. Dann das neue Objektiv muss dann unbedingt auf 5, 6 gedreht sein. Und dann muss man mit den Zähnen hier rein, dann drauf, dann warten bis es einrastet. Dann muss man das Ganze nochmal einmal auf die offenste Blende stellen, auf die geschlossenste. Und dann kann man einstellen, was man möchte. Also Objektiv wechseln im Feld mit dem Ding ist eine ziemliche Qual, gewöhnt man sich aber dran. So, gucken wir mal, ist hier noch was? Ah genau, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich gesehen, dass ich leider nicht genug Rückdeckel hatte für mein OFD-Objektiv. Und deswegen habe ich hier den, wo kann man es lesen, den FD zu EOS Objektivadapter genommen, um einen Canon EF-Rückdeckel zu nehmen. Das Objektiv hier ist mein Superweitwinkelobjektiv. Und zwar ist das auch von Tokina, auch RMC, also die vergütete Version. Und zwar das, achso, das liegt an der Spiegelung, das 24mm f2.8. Das habe ich nicht so oft eingesetzt, weil einfach, wenn man wirklich mit dem Weitwinkelobjektiv an den Strand geht, hat man schnell den Effekt, dass man nur noch Sand drauf hat. Und ich möchte ja nicht kilometerweise Sand fotografieren. Von da ist das nicht so oft eingesetzt worden von mir leider. So, weiter geht's. Und da haben wir natürlich das Dickerchen. Und damit auch Ende. So, aber das Dickerchen wird noch kurz vorgestellt. Und zwar ist das meine Mamiya M645. Oder ich weiß gerade gar nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist eine Mittelformat-Kamera. Und zwar eine der leichteren Mittelformat-Kameras. Übrigens ist das sozusagen die Vorgängerversion von der Mamiya 645 Super. Falls ihr ein super Video zur Mamiya 645 Super sehen wollt. Der Kanal AS Analog hat, ich glaube, erst heute oder wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich gestern, ein super Video zu dieser, also zu der Nachfolgerin von dieser Kamera gemacht. Hier Link oben in der Videocard. So, was gäbe es dazu zu sagen, außer dass hier fälschlicherweise ein Canon-Deckel drauf ist? Und das Ding hatte ich mit einem 80mm f2.8 und damit sozusagen der Normalbrennweite. Denn diese Kameras hier haben ein so großes Aufnahmeformat, dass halt 80mm so viel ist wie 50mm an einer normalen Kleinbildkamera. Auch richtig cooles Ding habe ich hier mit dieser massiven Sonnenblende, beziehungsweise massiven Streulichtblende. Und, ja, ihr seht es jetzt auch, das hier ist die sogenannte neue Version. Und zwar gibt es von dem 80mm gibt es zwei Versionen. Einmal so eine alte Version, die ist noch aus Metall, ist noch ein bisschen altbacken. Und das ist die neue Version aus Plastik. Ich hatte beide, aber da hier die Plastikversion in einem besseren Zustand war, habe ich halt die Plastikversion behalten und die alte Version verkauft. Genau, Sucher hatte ich mit, hier den Lichtschacht Sucher. Ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwo hinhalte, wo ihr nicht sofort mein ganzes Zimmer seht. So, da kann man, ach, ich muss natürlich auch scharf stellen. So, man kann hier von oben reingucken und dann kann man hier so schön die Landschaft komponieren und dann hier auch wirklich in aller Ruhe scharf stellen. Ihr seht jetzt natürlich nur die Landkarte, die hier praktischerweise in meinem Zimmer hängt. Und das Licht geht weg, aber das ist für die Einstellung gar nicht mal so schlecht. Das ist relativ praktisch. Man kann das Ding sich immer auf Hüfthöhe halten und dann fotografieren. Und die Leute, die gucken dann meistens einen gar nicht mal so komisch an. Wo die Leute einen aber komisch angucken, ist, wenn man anfängt, den Rahmensucher zu benutzen. Und zwar dieses schöne Ding hier. Das kann man dann ausklappen. So, dann kann man hier durchzielen. Das sieht dann nämlich so ein bisschen, naja, bei mir sind die Federn nicht mehr so ganz in Ordnung. Dann sieht dann, das sieht dann nämlich so ein bisschen flackgeschützmäßig aus, wenn man dadurch zielt. Denn leider hat dieser Lichtschachtsucher, so schön der ist, den Nachteil, dass er spiegelverkehrt ist. Und was auch noch ein Nachteil ist, das seht ihr hier extrem, dass je nachdem, wie das Ding hält, ich glaube, man muss es so kippen, es ist immer schwierig, den Horizont gerade zu kriegen. Und zwar immer musste ich damit erst wirklich die Landschaft komponieren, gucken, wo war es hin. Ich bin damit größtenteils durch so ein Naturschutzgebiet gelaufen. Und dann nachteilig, bevor man dann abdrückt, immer noch mal gucken, ob auch der Horizont gerade ist. Das ist nämlich ziemlich ärgerlich, das passiert nämlich noch mal schnell. Und zur Not, wenn man noch mal besser scharf stellen muss, kann man hier dann auch noch so eine Lupe vorklappen. Wo ihr jetzt aber wahrscheinlich gar nichts mehr seht. Und wenn man die Lupe wegklappt, gucken, dass man sich auf die Linse packt. Und das Ding war auch cool, hat wahrscheinlich relativ gute Fotos gemacht. Was allerdings nicht cool ist, ist, dass man diesen ganzen Klopper hier, das ist ja ein ziemlicher Monsterwürfel, die ganze Zeit so um den Hals hängen hat, die musste ich dann immer noch mit einer Hand unterstützen und wusste dann auch nicht, wie ich die halte. Ich habe die dann meistens so vor die Brust gehalten, dann hier die Hand drauf und dann so halt vor die Brust. Hier seht ihr übrigens den Film, den ich da mit der Sätze verschossen habe. Und zwar Rollerchrom CR200, ein relativ cooler Film, hat so einen richtig coolen Vintage-Look. Ansonsten, glaube ich, war es das. Leider war das Ding nämlich für den allgemeinen Urlaub ein bisschen... Ah, die Sonnenblende ist mal wieder widerspändig und ich gucke, dass ich hier die Linse nicht anbatsche. Ein bisschen zu groß. Im Fazit lässt sich sagen, ich gucke mal, dass ich die Kameras hier aufgereiht bekomme, um scharf zu stellen, dass wirklich die Canon AV1 so ziemlich, dass... So, die Movie-Aufnahme wurde automatisch beendet. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken dieses Durcheinander-Videos. Wie gesagt, falls euch davon irgendwas gesondert interessiert, sagt das ruhig, dann gucke ich, dass ich da ein eigenes Video zu mache. Dann würde ich mich recht herzlich fürs Zugucken bedanken. Dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier am besten ARS Analog abonnieren. Dann geht es hier am besten zu dem Mamiya Super-Video und dann hier zu einem alten FKF-Video. Nur nochmal vielen Dank fürs Zugucken und bis dann!